An der C-Jugend haben wir gegen die Sportschule Cottbus gegen die erste Mannschaft unentschieden gespielt. Ich weiß noch, wie wir am Ende des Spiels quasi zu diesem Unentschieden gebracht haben. Es war total knapp. Cottbus lag mit zwei Toren vorne oder mit einem Tor vorne. Dann haben sie noch einen 7 Meter verworfen und wir haben in den letzten drei Sekunden noch den Ausgleich geworfen. Das war mir im Nachhinein sehr schön in Erinnerung. Ich weiß noch, wie die Emotion von den einzelnen Leuten war und das ist mir sehr im Kopf geblieben.